Hallo, ja ich bin's wieder, euer Rolf und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Wir haben ja Winter, die Saison ist leider zu Ende, deswegen ist es mit dem Schrauben ein bisschen schwierig. Aber ich habe jetzt wieder hier das eine Projekt zumindest fertig. Ich zeige euch hier nochmal so ein paar kleine Highlights gemacht, das Ding läuft super. Und so, insofern bin ich zumindest hiermit erstmal sehr zufrieden. So, ich drehe mal den Schlüssel um. Seht ihr, das Ding ist sofort da, das ist schon mal schön. Dann kontrollieren wir jetzt hier mal, das ging ja auch nicht, das Licht hier. Seht ihr, das normale Licht funktioniert. Dann haben wir hier Fernlicht, funktioniert auch. Linker funktioniert auch an der einen Seite. Linker an der anderen Seite funktioniert auch. Das ist insofern alles okay. Rube funktioniert auch. Also, insofern schon mal nicht schlecht. Gucken wir hinten nochmal. Hier habe ich so ein kleines Highlight hingewiesen. So, jetzt das gleiche nochmal hinten. Das normale Licht funktioniert. Dann die linke Bremse. Funktioniert. Rechte Bremse. Funktioniert. Linker hinten. Funktioniert. Andere Seite funktioniert auch. Dann hatten wir ja Probleme, dass beide Bremsbehälter kaputt waren. Ich habe die jetzt erneuert mit den Hebel. Seht ihr, das ist okay. Ich muss das hier so ein bisschen ausschneiden, weil das nicht ganz passte. Aber das ist auch in Ordnung. An der einen Seite. Hier müssen wir uns auch was einfallen lassen. Das sieht nicht so schön aus. Hier hätten wir das gleiche Problem. Hier brauchten wir nichts rausschneiden. Auf der anderen Seite habe ich ein Stück rausgeschnitten. Gott sei Dank sieht man das nicht so groß. Hier ist das jetzt auch in Ordnung. Auch wieder ein verkromter Bügel. Spiegel habe ich natürlich auch neu gemacht. Das ist klar, das muss ja vernünftig aussehen. So, vorne haben wir natürlich auch Scheibenbremsen. Die Scheibe sieht auch noch super aus. Ziehen tut es auch. Die Belege sind auch noch okay. Hier brauchen wir also auch nichts machen. Bereifung ist auch okay. Hinten und vorne sind keine alten Dinger. Und die sehen auch noch sehr gut aus. So, dann haben wir hier den Auspuff. Der sieht auch noch sehr gut aus. Die Chromblende auch. Und wir haben hier hinten natürlich auch eine Scheibenbremse. Was auch alles in Ordnung ist. Auch die Scheibe sieht noch sehr gut aus. Insofern ist das auch völlig okay. So wie es ist. Dann habe ich natürlich auch den Roller neue Spiegel gegönnt. Das ist ja ein Vespa-Nachbau. Also habe ich Chrom-Spiegel genommen. Habe hier noch so ein kleines Emblem drauf gemacht. Weil ich das ganz witzig finde. Ich zeige euch das nochmal von nahen. Ja, hier könnt ihr das nochmal sehen. Das ist ein sehr gutes Spiegel. Haben das Paar 20 Euro gekostet. Da kann man nicht meckern. Und wir haben es jetzt so ein bisschen auf Mercedes getunt. Hier könnt ihr sehen, habe ich auch noch so ein kleines Emblem. Hatte ich noch liegen hingeklebt. Auf der anderen Seite auch. Ist halt ein fischiger Gag. Ja, hi. Ja, hier auch, hi. Ja gut, ich komme gleich mal vorbei. Weil es ist so, ich habe gerade einen Augenblick Zeit. Und meine Frau wollte hier eh noch ein bisschen was am Roller machen. Deswegen komme ich mal rum. Bis gleich. Ciao. So, tschüss, bis nachher. Bis dann. So, hallo Leute. Der Alte ist ja gerade weggefahren. Habt ihr ja gesehen, ne? Jetzt zeige ich euch mal, wie ich tune. Und dazu braucht ihr nur die kleine Zange. So, ihr gebt ja viel Geld für Tuning aus, ne? Hier, CDI für Tuning, das Kabel für Tuning und die Kerze für Tuning. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das ganz einfach geht. So, jetzt nehmen wir mal das Helmpach raus. Schrauben habe ich schon gelöst. Klopp. So, ich zeige euch mal einen ganz einfachen Trick, wie ihr tunen könnt, ohne viel Geld auszugeben. Hier an der CDI ist ein weiß-linernes Kabel. Das knallt ihr einfach nur ab. So, ich habe jetzt hier, wo der Kabelstrang lang läuft, hier die ganzen Kabel, die schöne Manschette nach oben gemacht. Hab mir dieses Kabel schon mal rausgesucht. Und ziehe jetzt einfach raus. So, hätte ich fast vergessen, euch zu erzählen. Wenn ihr das Kabel drin habt, läuft es so ungefähr 50. Entfernt ihr dieses Kabel, läuft sie natürlich 60, 65, so um den Dreh. Da hat meine Frau mir erzählt, was sie gemacht hat. Die hat euch mal ein bisschen gezeigt, Tuning muss kein Geld kosten. Diese Aufnahme ist jetzt hier ohne diese Verbindung des Kabels. Da seht ihr, dass der Tacho, man kann den nicht so gut erkennen, nach, mehr nach rechts rüber geht. Also da liegst du so um die 60. Ich bin auch in der Stadt unterwegs, da kann ich nicht so schnell fahren, das ist nicht ganz so gut. Aber man sieht, dass man im Grunde genommen hier gar nicht viel an Geld investieren muss. Weil wir sind hier nur beigegangen und haben im Grunde genommen eigentlich die Drossel aufgehoben. und insofern, also die Drehzeitbeschränkung und insofern ist das ein einfacher Schritt. Hier ist jetzt die zweite Aufnahme, wo es dann so ist. Er steht ziemlich in der Mitte, geht so ein bisschen rüber. Leider kann man den Tacho nicht so gut erkennen. Da läuft er genau 50. Da ist also die Verbindung des Kabels wieder da. Deswegen haben sie da so eine Steckverbindung reingemacht. Hat meine Frau mir dann gebeichtet. Aber so mal als Beispiel, weil man ja mit Tuning viel, viel Geld verdienen kann und alles überall steht. Tuning Öl, Tuning CDI, alles was es so gibt. Und das braucht ihr eigentlich alles gar nicht. Ihr braucht eigentlich nur eine Kneippzange oder einen Seitenschneider und dann ruckzuck, habt ihr die Karre getunt. Das hat hier ungefähr 15 Stundenkilometer gebracht. Denkt aber bitte daran, dass es nicht legal ist und eure Betriebserlaubnis löscht. Also ich werde das jetzt wieder zurückbauen. So Leute, ich bin wieder zurück. Also wir haben das soweit im Griff alles. War nun mal ein kleiner Tipp. Ich hoffe, meine Frau hat euch da nicht irgendwelche Sauereien gezeigt, als ich nicht da war. Man weiß das ja nicht. Ja, wenn sie so das erste Lehrjahr überschritten haben, dann werden sie ja langsam frech. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Bis dann, euer Roller Rolf. Und die Gitte. So liebe Leute, ich bin wieder. Ich habe hier gerade einen Euro in der Hand. Und zwar bei der Firma mit den blauen Reklameschädern, wo ich immer hinfahre zum Tanken, ist zwar ein paar Cent teurer, aber das interessiert mich nicht, dass bei mir um die Ecke, jetzt habe ich aber festgestellt, dass die jetzt hier so einen Automaten haben, da muss ich einen Euro reinhauen, wenn ich Luft auf meinem Reifen mal ein bisschen drauf machen will oder darf. Und das werde ich nicht tun. Ich werde mir schön diesen einen Euro wieder in die Tasche stecken und werde jetzt zu einer anderen Tanksstelle hinfahren. Wollte ich euch nur mal erzählen, ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn man so etwas weiß. Mein Tanks ist schon echt abgewürzt.